Hallo allerseits, ein kurzer Beitrag noch mal zum Thema Zinsen in Amerika, zum Beispiel heute Abend, da gibt es die US Notenbank, die hier die FED, die heute Abend die Zinsentscheidung bekannt gibt. Naja gut, für diejenigen, die schon länger mit dabei sind, die wissen, es gibt nicht wirklich da die Erwartung, dass sich was ändert, der Zins wird sicherlich auf dieser Höhe bleiben und auch wohl noch für eine gewisse Weile, also kein Einfluss, was das angeht, aber gleiche Uhrzeit, 20 Uhr gibt es das Statement, das FOMC Statement, das ist der Federal Open Market Committee, also der Offenmarktausschuss sozusagen der FED, die dazu eben auch noch eine Stellungnahme rausgibt. Das funktioniert deshalb pünktlich um 20 Uhr, ein bisschen jetzt mal hinter die Türen geblickt, es werden so circa 15 Minuten vor 20 Uhr werden Medienvertretern in einem abgeschlossenen Raum, also da können sie nicht telefonieren und nichts, diese Nachrichten aus dem Statement schon bekannt gegeben, das heißt die ganzen Nachrichtenagenturen können dann ihre Meldung verfassen und pünktlich um 20 Uhr dann auch rausschicken. Das heißt, die Medienvertreter haben schon Einblick in die Daten, dürfen sie und können sie eben technisch auch nicht raussenden vor 20 Uhr, das ist der Grund, warum dieses Statement vorher dann schon bekannt ist, also vorher noch nicht bekannt ist, aber um 20 Uhr eben bekannt gegeben wird. Das Statement ist deshalb nicht ganz uninteressant, weil es auf das sogenannte Wording drauf ankommt, also auf die Wortwahl. Häufig ändert sich das Statement so gut wie gar nicht, außer dass sich vielleicht ein Wort ändert. Das kann zum Beispiel dann bedeuten, ja wir gehen davon aus, dass es weiterhin so und so aussieht und wenn dann ein Wort dazu kommt, wir gehen weiterhin verschärft davon aus, dass es so und so, nur ein Beispiel oder ein Wort weggelassen wird, dann wird daraus abgelesen, oh die Notenbank, die Notenbank, jetzt denkt sie anders als das es vorher ist. Das ist der Grund, warum um 20 Uhr, nicht wegen der Zinsen, da bitte nicht den Fokus drauf legen heute Abend, sondern auf das Statement und dass da eben entsprechend dann Bewegung um 20 Uhr aufkommen kann. Die Richtung ist völlig offen, das hängt davon ab, was da eben dann verlautbart wird. Um 20.30 Uhr, ihr seht das hier zwei Stufen tiefer, da ist dann die Pressekonferenz, die ist dann natürlich nicht so punktuell, denn da werden ja gegebenenfalls dann auch mal Fragen vor und zurück, da wird Stellung genommen. Das heißt, das ist dann nicht eine Punktlandung, aber im Nachgang, also quasi um 20.30 Uhr aufwärts, kann es durchaus ebenfalls nochmal zu Bewegungen kommen, deutlichen Bewegungen vielleicht am Markt, wenn die Notenbank sich zum ein oder anderen Statement das vielleicht dann überrascht hinreißen lässt. So, warum das Ganze so spannend? Naja gut, wir wissen alle, dass die Notenbank im Moment wahnsinnig viel Geld in den Markt reinpumpt und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass diese Bewegungen oder dass diese Nachrichten darüber, ob sie weiterhin so easy Geld in den Markt pumpt, dass das natürlich einen Einfluss haben kann, mindestens mal kurzzeitig im Sinne von vorsichtig, da passiert was, vielleicht aber auch langfristig, wenn sich dadurch irgendwie was ändert. aus der Notenbank jetzt ein bisschen anders lauten werden. Ob das tatsächlich der Fall ist, das werden wir dann sehen, aber deshalb diese Uhrzeit auf jeden Fall spannend, heute Abend da nochmal im Auge zu behalten. Ich wage es nicht vorher wegzunehmen, was hier als nächstes passiert, das ist nicht meine Art. Ich gucke auf das, was der Markt, was die Marktteilnehmer dann machen und wenn sie begeistert in eine Richtung und nur wage in die andere Richtung sich positionieren, also sprich eine Seite stark, die andere Seite eben schwach ist, dann ist das für mich ein ganz klares Indiz. Da ist noch mehr zu holen und dementsprechend ist das wohl die voraussichtlich vorrangige Richtung für den Moment. Das gilt natürlich im Großen wie im Kleinen, also das kann man übertragen von auf alle mögliche Zeitebenen generell gesprochen, wobei diese Entscheidung hier sicherlich jetzt im Wochenchart ein Non-Event wird. Im Tageschart werden wir es sehen, aber Intraday natürlich auf jeden Fall sichtbar sein wird, da kann man eigentlich davon ausgehen. So, jetzt habe ich den Zinsmarkt angesprochen, das ist ja nicht nur alleine das, was die Notenbank macht, sondern das sind ja auch Zinsen, die zum Beispiel Unternehmen im Markt ausgeben bzw. eben Staatsanleihen. Und ZN, das ist hier der Future of the US Treasury Notes, in dem Fall die 10-Jährigen, also all die Staatsanleihen in der Restlaufzeit von noch 10 Jahren, die werden gehandelt zu einem bestimmten Kurs. Das ist der Kurs, den ihr hier ablesen könnt und je höher der Kurs ist, desto niedriger ist die Zinsrendite, weil ihr dann einfach weniger Zinsen aufgrund der relativ hohen Zahlen bekommt. Und umgekehrt sinkt dieser Kurs, dann ist natürlich der Zinsertrag, den ihr auf dieses Papier bekommt, ein höherer, also das hat eben einen gewissen Einfluss da drauf. Wir sind hier relativ weit nach oben gekommen und hier ist ein möglicher Vorschlag, wie das Ganze weitergeht hier in der Bewegung, aber das ist bis jetzt noch nur ein grober Vorschlag. Und die letzte Bewegung, die wir hier haben, ist fünfwellig nach oben. Ihr seht das 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht überschneidend, wenn auch knapp, aber eben nicht überschneidend. Das heißt, das sieht gut nach Hauptkampfrichtung aus. Und wenn der nächste Rücksetzer, in dem wir vielleicht jetzt gerade ja dran sind, das deutet sich hier so ein bisschen an im Intraday-Chart, Wenn der idealerweise jetzt auch nicht zurückschlägt und unter dieses alte Hoch hier, unter diese Hochmarken da geht, dann haben wir eine ganz gute Voraussetzung, dass der Kurs tatsächlich es nochmal schafft, hier dann auch nach oben zu gehen. Vielleicht ist diese Unterstützungsmarke aus diesem Hoch hier dann auch nochmal ein ganz gutes Indiz dafür. Allerdings, wenn der Kurs hier drunter bricht, ist das schon mal ein erstes deutliches Zeichen. Wenn er hier drunter bricht, ebenfalls, dann wird er jeweils vermutlich dann auch die nächsten Tiefmarken hier. Ich finde das zumindest sehr viel wahrscheinlicher. Also ihr seht schon, die Abwärtsseite ist längst nicht vom Tisch, aber aktuell ist es zu früh, um hier das große Bild zu spielen. Das hängt wahrscheinlich maßgeblich davon ab, ob die 133, 50, so ungefähr diese Zone hier, ob die hält oder eben nicht. Aktuell gehe ich gar nicht so sehr davon aus, dass der Kurs starke Avancen macht nach oben. Warum? Weil die letzte Abwärtsbewegung doch recht zügig hier auf dem Weg nach unten war und die letzte Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hier waren, naja, vergleicht selber und überlegt euch, was ist wirklich die starke Seite, die Abwärtsseite oder die Aufwärtsseite. Und dementsprechend wären hier so diese letzten Tiefmarken ein möglicher Trigger. Wer jetzt ganz genau hinguckt, der weiß, eigentlich, wenn man es mir richtig schön machen soll, will, dann müsste dieser Kurs nochmal einmal überschritten werden. Und dann wäre sogar hier der nächste Trigger. Warum das Ganze? Naja, ich mag es gerne, wenn wir steigende Tiefs haben, wenn wir steigende Hochs haben. Und wenn dann dieser Rhythmus irgendwann durchstoßen wird, dann kann man sagen, ah, okay, jetzt zählt das Ganze. Also das wäre mir noch lieber, wenn wir sogar nochmal ein bisschen höher und dann runtergehen. Das haben wir hier noch nicht gänzlich geschafft. Der war noch winzig drunter unter der Geschichte. Zur Not kann man trotzdem hier short gehen. Aber wenn es wirklich schön sein soll, dann müsste er nochmal einmal höher und dann runtergehen. So, also ihr seht, was dieser Zinsmarkt im Moment ist. Das sind die Staatsanleihen. Das hat mit der FED jetzt erstmal gar nichts zu tun, sondern es ist das, was für diese Zehnjährigen eben im Moment bezahlt wird oder erhalten wird, je nachdem. Also das wird bezahlt dafür und die Zinsen dann entsprechend erhalten. Ihr seht, das Ganze ist ja eher nochmal hier in die Abwärtsrichtung hier, was das angeht, ausgerichtet vorläufig. Ob das wirklich ein ganz großen Bild ist, das wird dann später entschieden. Aber von der Seite aus eher die Zinsen an den Treasuries mit Ausblick nach oben. Also nicht, die Bewegung war falsch, nicht der Kurs, sondern die Zinsen nach oben. Der Kurs tendenziell nach unten, insbesondere wenn da unten die Trigger dann gerissen werden. So, insofern das von dieser Seite aus, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.